Hup! Digga, die macht so viel Meter da drauf. Ja, Mia! Boah! Mia! 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 Sie ist die Beste! Sie ist die Königin! Sie ist das Maß aller Dinge! Alter, fuck! Junge, Weitschüsse 990, Schusskraftball. Was ist das? Alter, alter! Gibt Patricia noch Kuh dahinter oder hat er Probleme? Gib ihm mal einen Kühlakku! Ich habe in 10 Jahren Ultimate Team noch nie so ein Tor gesehen. Noch nie! Digga, was ist das denn um alles in der Welt? Könnt man gerade noch mal kurz zurückspielen, wo du sagst, Mia Helm hatte bis jetzt nur einen Ballkontakt? Ich habe sowas noch nie gesehen! Sie braucht nur einen Ballkontakt. Zwei Ballkontakte und sie macht ihr Tor. Digga, also ganz ehrlich, ich habe noch nie so ein Tor gesehen. Digga, das ist ja komplett gestört, ich habe sowas noch nie gesehen. Was ist das für eine abgefuckte Scheiße?